Moinsen Leute, neue Runde Hearthstone. Welchen Held nehmen wir denn... Jaina? Ich glaube, die hatten wir noch nicht, oder? Thrall und Malfurion hatten wir auf jeden Fall schon auf jedem Fall. Auf jedem. Hatten wir die. Welche Karte nehme ich? Ich glaube, ich nehme Verwüster. 3-1-1-4, fügt zu Beginn eures Zuges einem zufälligen Feind 2 Schaden zu. Das ist so krass, wenn man die am Leben halten kann. Dann fickt die in der Arena alles auseinander. Und ich glaube, ich versuche mal so ein übelstes Deck zu bauen, wo ich ganz viele Zauberschadenkarten habe. Und einfach alles, obwohl der Frost, das Frost Elementar nehme ich, glaube ich. 6-Mana-5-5, das ist schon mal eine fette Kreatur. Die kann im Draft einiges zerstören. Und ein Charakter einfrieren ist auch sehr gut. Gibt nämlich ganz nette Fähigkeiten mit Charakter einfrieren und sowas im Magierdeckt. Zauberlehrling, eure Zauberkosten 1-Mana weniger nehme ich auf jeden Fall. Und dazu ist es noch eine 2-Mana-3-2, was ganz standardmäßig ist. Eine ganz standard-okere Kreopte. Und dann nehmen wir offensichtlich die Mana-Würm. Er hält... Würm? Würm? Ja, er hält jedes Mal plus ein Angriff, wenn ihr eine Zauber wirkt. Ist halt krass für ein Mana 1-3. Da kann man nicht schmeckern. Okay. Haben wir hier die Eisbarriere, 5 Rüstung. Ändert kein Spiel, dreht kein Spiel. Ein Mana 1-1-Gotteschild, dreht auch kein Spiel, aber der Flammenstoß fügt allen feindlichen Dienern 4 Schaden zu. Der dreht schon öfters mal ein Spiel. Und der Herr der Arena. Warte, wie sieht unser Mana-Cover aus? Uns, 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 uns. Der Herr der Arena ist auch immer super stark. Der macht alles... Alles zerfickt er. Nehmen wir ja so einen Feendrach noch mit. Oh, alle Murlocs ist scheiße. Beutehamsterer. Der Loothorder heißt der, glaube ich, auf Englisch. Ich glaube, den nehme ich mit, der 2x2-1 Todesröchel ziehe eine Karte. Oder den Jungle Panther. Der ist, glaube ich, stärker. Und wir haben noch keine für 5 Mana. Dann bauen wir uns hier das mal ein bisschen besser von der Mana-Kurve her. Fickt allen feindlichen Dienern 1 Schadenspunkt zu. Damit... Das kann man doch machen. Oh, verstohlen. 7 Mana, 7, 5. Supergeil. 4 Mana... Wir können den nicht heilen. 3 Mana, 4, 3 ist der. Das ist schwachsinnig. Gegenzauber. Wenn euer Gegner ein Zauber wirkt, kontert ihr ihn. Das ist schon nett, aber das dreht auch kein Spiel. Der hier hingegen schon. Wenn ich den draußen habe und er dagegen nichts machen kann, dann ein Problem. Haben wir noch so einen Goblin-Geomant genommen. Den nehme ich einfach nur, weil er sagt, Du nicht nehmen Kerze. Wie bei WoW. Und das finde ich geil. 4 Mana haben wir noch nicht. Was mit Spott ist auch gut. Dann nehmen wir den Schildmeister von Senji. Okay, epische Karten. Wieder hier. Piraten, Murlocs wollen wir nicht. Also nehmen wir eh das hier. Egal, was es ist. Wenn ein Feind eins sauber auf einen Diener wirkt, ruft ihr einen Diener 1, 3 als neues Ziel dabei. Ja. Kann ich mit... Kann ich mit leben. Hm. Der erste Diener, den ihr... Hm. 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 Ich glaube, ich nehme die hier. 4 Mana ruft jedes Mal einen Violetten Lehrling 1, 1 dabei, wenn ihr einen Zauber wirkt. Dann muss ich jetzt mehr Zauber auf jeden Fall nehmen. Auf jeden Fall. Und hier. Ich glaube, ich nehme hier den... Aber das Wasserelementar friert jenen Charakter ein, der von diesem Diener verletzt wurde. Das ist super gut. Für 4 Mana eine 3, 6 auch noch. Die ist echt stark. Hm. Hm. Ich glaube, hier werde ich die Elfenbogenschütze nehmen. Die ist ganz gut in Kombination mit der Heldenfähigkeit, die ich sowieso habe. 2 Mana 1 Schaden schießen. Damit kann man in der ersten Runde da 1 Schaden schießen. Oder in der zweiten Runde da noch 1 Schaden schießen. Da hat man quasi 2 Schaden geschossen. Außerdem haben wir 1 Mana-Kreatur, noch nicht so viele. Obwohl. Zieht jedes Mal eine Karte, wenn einer eurer anderen Diener stirbt. Ja, die anderen Diener. Ich habe schon relativ viele Diener, ne? Oh ja. Ich glaube, ich nehme die Kultmeister. Die kann so gut sein einfach. Hier, guck mal. Zum Beispiel. Warum sollte man den Blutzumpfraptor nehmen? 2 Mana 3, 2. Also ich jetzt. Denn Jäger nimmt den ja offensichtlich. Oder 3 Mana 3, 2 kann nicht das Ziel von Fähigkeiten und so werden. Dann nehme ich auf jeden Fall den. Der ist doch super geil. Hier nehmen wir, glaube ich, den Sturmlanzen-Kommando. Sturmlanzen-Kommando? Den Sturmlanzen-Kommando. Genau. 5 Mana haben wir hier. Nehme ich so ein bisschen so ein Loch bisher. Und 2 Schaden schießen ist auch immer gut als Magier. Ich würde gerne den tobenden Worgen nehmen. Als Magier kann man sehr gut Wutanfall triggern, weil man ja die Fähigkeit hat, für 2 Mana 1 Schaden zu schießen. Und damit kann ich den perfekt triggern, den Worgen. Und 3 Mana habe ich bisher auch noch nicht so viel. Ich muss noch so ein Verwüster nehmen. Die sind zu stark. Ich habe richtig Bock drauf. Geheimnis. Wenn euer Gegner einen Diener beschwört, beschwört ihr eine Kopie desselben. Da habe ich Bock auf. Und Herr der Arena habe ich auch Bock auf. Und 7 Mana. Ne, ich glaube ich nehme mal 1 Schaden. Einmal nehme ich jetzt auch Spiegelbild mit. Verwandlung muss ich auf jeden Fall auch mitnehmen als Removal. 4 Mana verwandelt ein Diener in ein Schaf 1-1. Das verliert dann alle Fähigkeiten und so weiter. Den Mana-Würmen können wir auch nochmal nehmen. Dann nehmen wir nochmal ein Spiegelbild. Friert ein Charakter ein, wenn er bereits eingefroren ist, werden ihm stattdessen 4 Schaden zugefügt. Ne, dann nehme ich glaube ich das Wasser Elemental lieber. Weil ich habe noch nicht genug, was einfrieren kann. So viel habe ich noch nicht, was einfriert. Hm. Die Frage ist jetzt, was ich jetzt nehme. Eure Zauberkosten ein wenig. Ich habe zu wenig Zauber, glaube ich, dass sich das lohnt. Ich weiß nicht, ob Fallen als Zauber zählen. Dann nehme ich glaube ich hier lieber das Spiegelbild. Oder den Silberrücken-Patriarch. Ich glaube ich nehme den Silberrücken-Patriarch. Nur damit wir auch ein bisschen was haben, was auch ein bisschen was vielleicht kaputt macht. Apropos kaputt machen. Den Sturmglomzen-Kommando nehmen wir wieder. Und jetzt nehmen wir glaube ich den panischen Kodo. Den können wir hier wie gesagt nicht heilen. Für Alarmobot haben wir zu wenig Kreaturen, die später... Also sowas wäre halt schon cool, wenn er das raushaut auf Random. Aber tut er wahrscheinlich nicht. Und der hier vernichtet einen zufälligen feindlichen Diener mit maximal 2 Angriff. Das bockt auf jeden Fall. Dann haben wir schön viel Removal. Die Mana-Kurve sieht auch ganz okay aus. Auf dem ersten Zug muss man nicht immer was legen. Das kann man auch gut vermeiden. Spiegelbild ist auch später noch gut. Dann hat man nämlich 2 Spotter. Kann man 2 mal Schaden abfangen. Und der Mana-Würm ist auch immer gut, wenn ich denn was spielen kann. Dann ist der sehr billig und ganz standardmäßig gut. Probieren wir das Deck mal aus. Ich habe ein gutes Gefühl dabei. Aber mein Gefühl täuscht ja des Öfteren, sag ich mal. Ah, ja. Ich will gewinnen. Gewinnen. Oh, es leckt. Oh, oh, lecks. Würdiger Gegner. Wow. Wer hätte damit gerechnet? Okay, das Match-Up ist ganz okay. Und die Hand finde ich eigentlich auch relativ stark. Jetzt zauber ich auf den... Ich glaube... Bis... Ich glaube, ich behalte die Hand so, wie sie ist. Genau so behalte ich die Hand. Jetzt kann ich nämlich im dritten Zug mit dem Vorken richtig Trouble machen. Erster Zug. Machen wir nichts. Weiter. Kommt drauf an, was jetzt passiert. Okay, komm. Bitte kein gutes Totem. Ha, sowas ist schon ein bisschen nerviger. Aber wir werden auf jeden Fall... Okay. Wir werden auf jeden Fall den, äh... Tobenden Vorken spielen. Nächste Runde haben wir vier Mana. Dafür brauchen wir auf jeden Fall zwei, um den hier wahrscheinlich zu triggern. Wenn er jetzt nicht irgendwas spielt, mit dem wir den sowieso triggern können. Und den Mana-Film werden wir dann noch spielen. Er hat aber nichts anscheinend, um den zu triggern. Ah, ha, ha, ha. Okay, das ist noch besser. Jetzt muss ich nicht mehr das Mana verschwenden. Jetzt werde ich den hier schlagen. Damit kriegt er hier einen Schaden, kriegt Windzorn. Darf nochmal angreifen. Damit zerschlage ich ihm den hier. Jetzt... ...spielen wir als Schutz... ...für meine Kreatur. Der... Der macht nämlich jetzt richtig viel Schaden, diese Karte. Damit kann er jetzt keinen Zauber auf den sprechen. Wenn er jetzt keine Kreatur mit Ansturm hat, dann überlebt er noch bis zur nächsten Runde. Und wenn er eine Kreatur spielt, dann spiele ich nächste Runde den Spotter. Und dann muss er den angreifen. Oder ich schieße den ab mit einem Feuerschlag. Wenn er jetzt nichts mit Ansturm hat, dann sollte gleich richtig fett Schaden ausgeteilt werden mit wenig Karten, die ich habe. Ja, die ist ziemlich geil hier, die Karte. Ach ja. Das war schon mal nichts. Der wird gleich sterben. Und der wird auch sterben. Ich mache ihm alles kaputt. Einfach nur immer kaputt machen. Ist immer ein guter Plan. Das heißt, wir werden jetzt... ...einfach einen Mana-Würm spielen. Den hier abschießen. Dann nehmen wir halt diesen Schaden. Und dann hauen wir ihm... ...vier Schaden. Und haben weiterhin Board Possession. Und wir haben nur eine Karte gespielt. Nur den Mana-Würm. Gleich können wir so einen panischen Kodo machen. Der zerstört was mit zwei Angriff. Und der hier könnte was mit zwei Leben zerstören. Mal gucken, was er spielt. Vielleicht spielt er ja irgendeinen großen Spotter, der wenig Angriff hat. Das wäre natürlich geil. Und sonst kann man auch einfach den hier spielen. Und ihm zwei Schaden schießen. Den hier würde ich ungern ausspielen. Ohne, dass sein Effekt zu Trage kommt. Okay, das ist natürlich super. Damit kann ich auf jeden Fall den schon mal zerstören. Aber ich glaube, ich schieße... Okay, was macht er? Ja komm, spiel eine Karte aus. Dann ändert er das Ziel. Okay, er macht nichts. Das wird ihm jetzt richtig böse treffen. Den schießen wir eben kaputt. Alter, wie wir ihn niederstompen. Mal gucken, was er jetzt noch hat. Ich habe noch relativ viel, um mich zu verteidigen. Außer er hat so einen übelsten Rundumschlag. Aber so einzelne Removals könnte ich ja damit gut ausschalten. Aber ich weiß nicht, ob so ein Kettenblitz oder sowas. Ein zufälliger. Na okay, das ist jetzt nicht so schlimm. Nicht so dramatisch, muss ich sagen. Spiel ich gleich einfach den hier und dann ist mir das scheißegal. Ein Mana hat er noch. Ich glaube nicht, dass er damit was machen kann. Hat er ja davor die ganze Zeit auch nicht. Rockfest, heißt er. Kannst du mal kaputt machen? Kurz vor kurz vor kaputt machen. Ja, er wollte ihn einfrieren. Nice. Und jetzt habe ich auch noch einen 1-2er. Der wird jetzt eingefroren. Ja. Nächste Runde ist er trotzdem da. Kassier. Herr der Arena. Oh, jetzt hauen wir einfach nur noch auf seinen Kopf. Das gewinnen wir. Da bin ich mir ziemlich sicher, dass wir das gewinnen. Aber noch eine Spiegelgestalt. Noch einen panischen Kodo. Noch einen Flammenstoß. Ein Frost-Elementar, mit dem wir uns eine Runde retten können, wenn er irgendwas Großes spielt. Das passt. Und er hat echt nichts gegen mich auszusetzen gehabt. Der tubende Worge hat das, glaube ich, gewonnen. Vielleicht hat er jetzt ja was, um den tubenden Wogen zu töten. Müsste er ja. Gut gespielt. Gut gespielt. Kaputt machen. Alles kaputt machen. Warum lässt er sich jetzt so lange Zeit? Entweder der kann jetzt irgendwas haben, was ihn rettet. Oder halt nicht. War nicht so schwer, oder? Okay. Das verlierst du doch einfach, Freundchen. Ist mir scheißegal, wenn meine Kreatur stirbt. Nicht lang fackeln. Einfach drauf. Das war doch schon mal gut. Das war gut. Weiter geht's. Mal gucken, ob es wieder gut wird. Ich hoffe. Bisher hat sich das Deck bewährt. Hat einmal richtig platt gemacht. Richtig, richtig fett, fett, fett platt gemacht. Hat geklappt. Ich habe das Gefühl, jetzt dauert das immer ein bisschen länger mit dem Suchen der Spieler. Aber vielleicht trübt mich auch mein Gefühl nur. Rexa. Hm. Wenn wir so einen Flammstoß finden. Oder so eine Arcana Explosion. Ja, so einen Flammstoß behalte ich auf jeden Fall auf der Hand. Okay. Ja. Behalten wir alles auf jeden Fall auf der Hand. Das finde ich sehr gut, was wir hier auf der Hand haben. Die Frage ist nur. Welche Reihenfolge spielen wir das Ganze? Ich glaube, den Goblin Geomant spielen wir direkt am Anfang. Rushen wir schön raus. Ne. Wir rushen den in der dritten Runde raus. In der vierten Runde spielen wir den hier. Dann hat er erstmal ein Problem. Okay. Was kann man für zwei Mana spielen? Diesen Rundumschlag vielleicht. Aber einen Schaden nimmt er. Wir liegen vorne. Obwohl, wir wissen ja nicht, was da ist. Könnt ihr jetzt jederzeit halt auch übelst, wie der Jäger das halt so macht, übelst nach vorne rushen. Und alles platt machen. Aber er macht es hoffentlich nicht. Ach, scheiße. Aber der hat noch einen. Nice. Das heißt, er muss den hier opfern. Oder er hat irgendwas auf der Karte. Das tat auf jeden Fall schon mal weh, was er da getan hat. Das tat ziemlich weh. Aber wenn er den irgendwie besiegt, ja, und mit dem angreift, dann kann ich ihm den gleich wegschießen. Das ist auch schon mal ganz gut. Ich kann ihm den nicht mehr wegschießen, weil er den verdammt noch mal bufft. Oh, Manu. Ist doch kacke. Das ist ganz große Kacke. Okay, how do we do this? Dem schießen wir auf jeden Fall einen Schaden. Und dann legen wir den aus. Machen wir fertig. Dann könnten wir nächste Runde den hier spielen und den wegschießen. Ach, den konnten wir ja sowieso nicht wegschießen. Eieiei. Diese Runde wird auf jeden Fall schmerzhaft. Alter. Das kann nicht sein Ernst sein. Wie krass. Wie krass, krass der abgeht, Mann. Holy shit. Holy shit. Holy shit. Holy shit. Shit, shit, shit. Ah. Ich glaube, das sieht nicht gut aus für mich. Ich glaube, ich muss... Was... Was ist der richtige... Das richtige Play hier. Ich glaube... Den hier. Damit könnte ich ihm dann gleich was einfrieren, zumindestens. Und gleich den hier. Und dann hoffen, dass ich den Flammschluss finden kann. Der Flammschluss cleart nämlich ungefähr sein ganzes Board. Aber der kann mich ja jetzt schon fast tot machen. Oh, fuck. Vier. Elf. Ich glaube, das reicht. Zack. Eins. Zwei. Eieiei. Ich hab nichts mehr, so ungefähr. Oh, oh, oh. Wie der mich Platz gemacht hat. Im Draft in der sechsten Runde. Alter Schwede. Wie geht das denn? Geht nur mit einem Jäger, oder?